Domain-Driven Design ist eine Entwurfstechnik, die den Fokus von Technologien auf das Geschäft verlagert, um dem Prozess der Softwareentwicklung der Fachlichkeit folgen zu lassen. Es betrachtet Design von der Mikroebene des Codes bis hin zum groß angelegten Denken über die Systematik von Systemen. Es soll pragmatisch sein, nur dort angewendet werden, wo es förderlich für die Projektziele ist und harmoniert gut mit der agilen Softwareentwicklung. Das Domain-Driven Design beruht auf drei Kernprinzipien oder Kerneigenschaften. Das erste ist die Zusammenarbeit, die Kollaboration zwischen Softwareentwicklern und Domäneexperten, wie Fachleuten, Testern, Anwendern. Das ist maßgeblich entscheidend für den Erfolg eines Softwareprojektes, gerade bei großen, komplexen Enterprise-Anwendungen. Das Domain-Driven Design hat daher das Konzept einer allgegenwärtigen Sprache für alle Teammitglieder eingeführt. Dieser Sprachschatz wächst gemeinsam mit dem Projekt und so auch das Verständnis über die jeweiligen Domänen und findet sich im Anwendungscode, in Diskussionen und der Dokumentation wieder. Die zweite Kerneigenschaft ist der Fokus auf die Kerndomäne oder das eigentliche Hauptgeschäft, den Teil, der den größten Anwender-Nutzen hat. Gerade in einer Software in großen Systemen mit vielen komplexen und notwendigen Komponenten ist es nicht einfach, alle diese Details zu klären. Domain-Driven Design strebt daher an, diese Komplexität weitmöglichst auszulagern und den kritischen Kern so einfach und simpel zu halten wie möglich. Wir haben die allgegenwärtige Sprache und Zusammenarbeit für ein gutes Verständnis der Geschäftslogik. Dann sollten klare Prioritäten gesetzt werden und dann kann die Domäne-Logik für unsere Anwendung konzipiert werden. Somit ist drittens eine genaue Modellierung der Domäne elementar wichtig, um Komplexität an ihrem Entstehungspunkt einzugrenzen. Die Höhe der Komplexität in einer Software wird maatsgeblich durch das Vorgehen beim Design entschieden. Die Technologien dahinter können nur erfolgreich und fehlerlos arbeiten, wenn die Domäne perfekt modelliert ist und das Design stimmt. Das Bounded Context Muster wird als eines der zentralen Domain-Driven Design Muster bezeichnet und fordert sinnvolle und klare Grenzen zwischen den fachlichen Bereichen einer Anwendung. Es definiert so den Einsatzbereich für die jeweiligen Domäne-Modelle. In der Praxis haben wir somit viele verschiedene Module in unserer Anwendung, die jeweils als Kern ein bestimmtes Domäne-Modell besitzen. Bounded Context grenzt Fachlichkeiten klar voneinander ab. In einem Best-Case-Szenario würde auch die spezielle allgegenwärtige Sprache eine solche Grenze klar abbilden, indem es einen Bereich gibt, in dem bestimmte Begriffe verwendet werden und eben bestimmte Begriffe nicht. Eine Context Map ist die Visualisierung einer solchen Fachlichkeitsgrenze. Eric Evans nennt es Destillieren. Ein weiteres wichtiges Pattern, das aber im Grunde eigentlich gar nicht so wichtig für die Implementierung ist, weil es bereits oft implementiert ist und wir es nur noch verwenden, ist das Unit of Work Muster, dessen Ziel es ist, die Konsistenz und Zugriffsgeschwindigkeit auf die Datenbank zu verbessern, indem es mehrere Transaktionen zu einer einzigen Datenbank-Operation zusammenfasst. Man kann die auch als mehrschichtige Architektur, Schichtenarchitektur, Ebenenarchitektur bezeichnen und bevor wir auf DINR eingehen, schauen wir uns kurz ein paar bekannte Architekturen an. Ich sage mal, die Surfer-Client-Architektur findet sich in vielen Anwendungen wieder, gerade im Web-Bereich. Das Gegenstück zur Surfer-Client-Architektur ist Peer-to-Peer-Architektur, bei der alle oder bestimmte Knoten jeweils das Verhalten eines Clients oder eines Surfers annehmen können. Also entweder Anfragen senden oder beantworten. Und im Web bestehen diese Anfragen und Antworten meist aus HTTP-Anfragen. Ein vereinfachtes Beispiel für eine kleine Surfer-Architektur, wobei das Frontend eben bestimmte Technologien verwendet und das Backend auch, seht ihr hier. Aber als Randnotiz, man sollte nicht unbedingt von der Technologie zwingend auf die Einsatzbereiche schließen. Jedes Frontend, das Android-Phone-Anwendungen beinhaltet, enthält Java, was man eigentlich mehr im Backend meiner Meinung nach vermuten könnte. Aber wie gesagt, der Code oder die Technologie, das schließt sich nicht aus dadurch, dass es im Frontend oder im Backend ist. Genauso könnte sich im Frontend-PAP befinden, wenn die entsprechende Umgebung installiert ist. Die Frage ist halt nur wirklich, ob es Cinder gibt. Eine weitere bekannte Architektur ist hier zu sehen, und zwar die Model-View-Controller-Architektur. Diese Architektur ist sehr beliebt für Backend-Anwendungen und kann sehr unterschiedlich implementiert werden. Ein Vorteil liegt hier in geteilten Verantwortlichkeiten. Und die so entkoppelten Komponenten können unabhängig voneinander entwickelt werden. Das Modell ist dabei verantwortlich für die gesamte Logik der Anwendung. Ein Benutzer sendet eine Anfrage an den Controller. Der Controller behandelt diese Anfragen, sammelt Daten vom Modell, holt die Präsentation aus der View und kann dann die Antwort zurückgeben. Aber es muss nicht so implementiert sein. Also in diesem Diagramm hier wäre jetzt die komplette Kommunikation im Controller gebündelt. Es könnte aber auch sein, dass die View direkt dem Frontend die Präsentation zukommen lässt. Im Frontend wiederum gibt es sehr ähnliche Muster. Da wäre zum einen das Model-View-View-Model-Muster zu nennen, das Model-View-Presenter-Muster von Martin Fowler und zuletzt wird das Mikro-Frontend-Muster immer mehr populär. Jetzt kommen wir eben zur Layered-Architektur, der Ebenen-Architektur. Bei der haben wir jetzt nicht zwingend drei oder vier oder fünf Ebenen, sondern je nachdem so viele Ebenen, wie wir halt für unsere Anwendung sinnvollerweise brauchen. In der einfachsten Struktur hätten wir wahrscheinlich drei Ebenen und ganz oben befindet sich meist eine API-Ebene, die dann als Schnittstelle zu einem Frontend oder zu einer Anwendung oder zu einer Datenbank führt. In den meisten Beispielen hier jetzt werden wir immer von einem Anwender ausgehen. Und das hier ist jetzt auch nur eine vereinfachte Darstellung. Ich möchte aber kurz die wichtigsten internen Komponenten anschauen. Und zwar auf der API-Ebene haben wir meist immer Controller. Diese Klassen sind dann konkret für das Beantworten der HTTP-Anfragen verantwortlich und rufen Händler und Queries in der Ebene darunter auf. Händler und Queries folgen dem Command-Query-Separation-Pattern, bei dem wir, wenn wir lesende Anfragen oder schreibende Anfragen haben, dafür jeweils separate Methoden verwenden. Eben schreibend heißt Händler und lesend heißt Query. Wie der Name bereits ankündigt, die API-Ebene ist die Schnittstellen nach außen und alle weiteren Ebenen werden intern verwendet. Und hier ist ganz wichtig, dass Abhängigkeiten nur nach unten existieren. Also die API-Ebene muss auf Händler und Queries zugreifen. Das heißt, wenn die Händler und Queries plötzlich fehlen, funktioniert das nicht mehr. Diese Abhängigkeit ist gewollt. Andersherum darf das nicht sein. Der Händler und Query braucht nie irgendwas von einem Controller zu wissen und dem ist es auch relativ egal, ob das ein Controller ist oder sonst was. Wie gesagt, diese Abhängigkeit darf nicht existieren und das zieht sich so durch alle Ebenen größtenteils durch. Es kann sein, dass man manchmal Ebenen auf gleicher Höhe hat. Dann gehen die Abhängigkeiten auch ein bisschen durcheinander. Aber grob, wie gesagt, prinzipiell niemals Abhängigkeiten zu niedrigen Schichten. Und wie bereits erwähnt, es könnten weitere Schichten existieren. Das führt mich zum Repository-Pattern. Das Repository-Muster eliminiert Abhängigkeiten zwischen der Domäne-Ebene und der Anwendungsebene durch das Einfügen eben einer Repository-Ebene. Solch eine Repository ist eine weitere Schnittstelle und verfügt über die notwendigsten Operationen zum Erstellen, Löschen, Auslesen oder Ändern von Entitäten, je nach Bedarf. Weitere Muster und Methoden im Domain-Driven-Design sind hier aufgezählt. Auf die meisten sind wir schon ein bisschen eingegangen. Und die anderen sind aber nicht weniger wichtig. Und die Auflistung war auch nicht vollständig. Als Schwächen des Domain-Driven-Designs kann man durchaus sagen, Komplexität ist unser Feind. Das Ziel von Domain-Driven-Design ist es ja, Komplexität auszulagern und Divide and Conquer. Aber es gibt auch Schwächen eben. Die Einarbeitungszeit in laufende Projekte für neue Teammitglieder erhöht sich mit der fortlaufenden Zeit. Das ist in jedem Projekt zu, aber gerade im Domain-Driven-Design ist die Einarbeitung für ganz neue Teammitglieder sehr aufwendig. Und der Erfahrungsgewinn ist deutlich höher für Gründungsmitglieder. Zusätzlich gibt es wieder viele Regeln und Begriffe und Muster. Und die sind auch alle nicht oft selbsterklärend. Und das Streben nach Simplizität ist ja eigentlich das, was wir wollen. Also das ist ein bisschen widersprüchlich leider. Es ist dennoch ein tolles Design. Und das Entity-Framework, schauen wir uns als nächstes an. Entity-Framework und Entity-Framework-Core sind ähnliche Frameworks mit demselben Vokabular. Dabei ist eben das eine für Core-Anwendungen und das andere für Net-Anwendungen. Ich werde diese Begriffe synonym verwenden. Also wenn ich Entity-Framework sage, bedeutet das genauso Entity-Framework-Core. Und es ist ein objektorientiertes Bindestück für die Verbindung zu Datenbanken. Universell, das bedeutet, welche Datenbanken wir uns verwenden, ist für unsere Anwendung egal. Darum kümmert sich Entity-Framework. Es hat bereits eine Implementation für das Unit-of-Work-Muster in der Form der DB-Kontext-Klasse als zentrales Verbindungsstück. Und als nächstes kommt jetzt hier ein kleines Code-Beispiel für eine C-Sharp-Anwendung mit einem Entity-Framework nach Domain-Driven-Design. Es besteht jetzt hier nur aus einer Solution und einem Projekt. In der Praxis hätte man das nicht alles nur in Ordnern, so wie hier, sondern das Modul Student-Kurs-Administration wäre sein eigenes Projekt. Und dann wahrscheinlich gäbe es dazu separat nochmal ein eigenes Testprojekt zu diesem Modul. Und dann hätten wir weitere Projekte, eben zum Beispiel für Datenbank-Migrationen und auch Nummerierungen und Leerzeichen würde ich in der Praxis bei Ordner-Bezeichnungen vermeiden. Aber ich wollte hier klar machen, eben die Schichten und ihre Abhängigkeiten von unten nach oben. Wir betrachten jetzt als erstes die unterste Ebene im Code und zwar die Domain-Ebene. Die enthält meist wirklich nur die Entitäten, nicht sehr viel mehr darüber hinaus. In den Entitäten selbst finden wir durchaus Geschäftsregeln wieder. Und eventuell gibt es auch noch ein paar Interfaces auf dieser Ebene und ein paar Sachen betreffend der Datenbank, falls nötig. Aber ansonsten beinhaltet die Domain-Ebene vor allem eben die Entitäten. Hier wäre jetzt ein ganz rudimentäres Beispiel für so eine Entität. Entity Framework würde uns dann diese Entität in eine Datenbank-Tabelle übersetzen. Und auch bestimmte Eigenschaften können durch Entity Framework zugewiesen werden, die bei uns im Code gar nicht zugänglich sind. Also hier sieht man schon ganz oben habe ich Eigenschaften, die sind Public, haben aber ein Private Set. Das heißt, ich kann sie nur innerhalb dieser Klasse verändern. Jedoch eben, wie gerade gesagt, Entity Framework kann sich darüber hinwegsetzen, um zum Beispiel IDs zu setzen, die wir aus unserer Anwendung gar nicht überhaupt irgendwie setzen können wollen. Und die können dann auch nicht gesetzt werden. Aber Entity Framework intern kann diese ID dann zum Beispiel zuweisen. Auf der Repository-Persistenz- oder Infrastrukturebene ist das Repository für die vier Code-Operationen zur Datenbank verantwortlich. Und in unserem theoretischen Beispiel, wenn wir jetzt hier eine extra Infrastrukturebene haben, werden eben hier noch weitere Klassen für das Einstellen des Mappings der Objekte in die Datenbank. Die dritte Ebene von unten ist die Anwendungsebene. Auf dieser sind unsere Queries und Händlers gemäß dem Command-Query-Separation-Patterns zu finden. Es ist das Verbindungsstück zwischen dem Repository und den Controllern der letztendlichen Schnittstelle unserer Anwendung. Und jede Crude-Operation würde ihre eigenen Händler bzw. Query und entsprechende Methode erhalten. Hier können wir außerdem auch Authentifizierungs- und Zugriffsrechte und solche Sachen verwalten. Als letztes haben wir die API, eben unsere Schnittstelle für beliebige Anwendungen. Und die Kommunikation findet dabei über das HTTP-Protokoll statt. Controller auf der API-Ebene verarbeiten Anfragen und Antworten für die Verwendung, zum Beispiel in einem Frontend. Dazu werden Anfragen über eine Route an eine bestimmte Methode des Controllers weitergeleitet. Dafür haben wir hier verschiedene Attributfelder deklariert. Der Controller ruft den jeweiligen Händler und Query auf und gibt dann die Antwort zurück an den Sender. Das I-Action-Result-Interface erlaubt das Beantworten der Anfrage mit entsprechenden HTTP-Codes. Zusätzlich handelt es sich um asynchrone Methoden, damit die Anwendungsausführung nicht blockiert wird. Des Weiteren wären auf der API-Ebene Modul-Konfigurationsklassen, die sich in weitere Unterklassen aufteilen können für das Vorkonfigurieren der Dependency-Injection. In diesem Beispiel kommen auch keine Datentransferobjekte vor, kurz DTOs, die wir verwenden als Behälter für unsere Daten, die über die HTTP-Anfrage zum Beispiel im JSON-Format bei uns ankommen. Die werden dann in diese Datentransferobjekte übersetzt, die vom Controller an einen Händler oder Query weitergereicht werden. Und im Händler oder Query findet dann die Umwandlung von dem DTO zu einer Entität statt oder eben umgekehrt von der Entität zum DTO, um es dann im Controller weiterzureichen als Antwort an den Anwender. Also wir haben jetzt einen ganz groben Einblick auf Domain-Driven Design bekommen und die Layered Architecture, was ein ganz wichtiger Teil von diesem Domain-Driven Design ist. Wir haben ein bisschen ein Code-Beispiel angeschaut und jetzt würden wir noch ganz kurz uns REST und Hypermedia as the Engine of Application State HToas anschauen. Als REST oder RESTful-API bezeichnen wir eine HTTP-API, die ganz bestimmten Regeln folgt. Man kann HTTP-Anfragen unterschiedlichst im Grunde verwenden, wie man das möchte. Und man kann auch sagen, REST is the way HTTP should be used. Wir haben hier jetzt zum Beispiel zwei Anfragen. Das eine ist hier ein GET-Anfrage. Aber in dieser GET-Anfrage habe ich hier ein Parameter. Method ist gleich DELETE und ITEM 3, 2, 1. Aber der Typ der Anfrage, es gibt bei HTTP, haben wir vier Typen. GET, das ist READ. Wir haben DELETE, das ist LÖSCHEN. Wir haben UPDATE, das ist PUT. Beides hat ein U. Und wir haben POST, das ist CREATE. Und wir können aber theoretisch mit einer GET-Abfrage auch eben hier ein DELETE-Befehl senden, wenn unsere Anwendung das hier dann entsprechend ausliest. Aber das ist eben kein schickes Vorgehen sozusagen. War aber lange Zeit absolut üblich, dass man sowas im Internet andauernd oben in seinem Browser in der Adresszeile gesehen hat. Sieht man auch heute noch teilweise. Das ist aber nicht REST-Konform. REST-Konform wäre es eben, wenn wir etwas löschen wollen, dann nehmen wir auch die entsprechende HTTP-Anfrage für das Löschen eines Elements und geben nur noch dann hier über die Route die entsprechende ID weiter. Und eine weitere, ganz wichtige, oder die wichtigste Regel vielleicht einer REST-API ist eben dieses Hypermedia ... Wobei es dabei vor allem eben um das State, ich würde mich auf das State für den Beginn konzentrieren. Vielleicht habt ihr schon mal eine State-Machine in irgendeinem Zusammenhang gesehen, zum Beispiel mit theoretischer Informatik und nicht-endlichen Automaten oder in der Spieleentwicklung mit State-Machines für das Steuern von Figuren, Actern. Und genau so könnte man sich auch einen Zustandsgrafen zeichnen, indem man sich durch eine Anwendung durchklickt. Und Hypermedia ist dann das zweite wichtige Wort neben State. Wir geben eben unserem Anwender jeweils verschiedene Links zurück und mit diesen Links können wir im Grunde steuern, wie er weiter vorgehen kann in der Anwendung. Und dadurch ist der Anwender alleine verantwortlich für den aktuellen Stand seiner Anwendung. Das ist auch das, wo es REST-Less und STATELESS zusammenkommt. Denn der Client ist alleine eben für den Stand der Anwendung verantwortlich und wenn der Client abstürzt, ist dieser aktuelle Stand auch verloren, weil der Surfer zu keinem Moment über den aktuellen Stand informiert wurde. Er wird erst informiert, wenn der Benutzer quasi in den nächsten Zustand übergeht und dann wurde der Surfer informiert darüber, was im letzten Zustand passiert ist. Somit haben REST-APIs auch Nachteile. Zum einen, eben wie gerade erwähnt, wenn der Client abstürzt, sind alle Daten der aktuellen Session verloren. Und der Surfer und das Backend ist auch vielleicht ein bisschen besser anzugreifen. Denn es gibt viele Regeln, die wir befolgen müssen und das macht es einem Angreifer einfacher, das Verhalten der Anwendung zu missbrauchen. Also wir haben jetzt neben Domain-Driven Design Entity Framework Core ein paar Mustern hier und da, ein Hypertext Transferprotokoll, der REST-API und HyperMedia S, die Engine of Application State Muster kennengelernt. Danke für die Aufmerksamkeit.